24 Millionen Rentner, Arbeitnehmer, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können die Gaspreise nicht bezahlen. Haben sie auch Angst vor der Kündigung ihres Mietvertrages? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sicher ganz harte Worte, die ich jetzt hier in diesem Video treffe, aber die Erkenntnisse kommen nicht von mir, sondern vom Deutschen Mieterbund. Der Deutsche Mieterbund hat am 7. August 2022 erschreckende Prognosen verkündet. Jeder dritte Bürger in Deutschland kann die Gaspreise nicht mehr bezahlen. Von also gut 80 Millionen Menschen sind dies 24 Millionen Menschen, Rentner, Arbeitnehmer, Studenten, Transferleistungsbezieher und so weiter. Wirtschaftsminister Habeck mutet den Menschen ab Oktober 2022 wirklich sehr viel zu. Das hat er auch zugegeben. Der Mieterbund und auch die Verbraucherverbände schlagen trotzdem massiv Alarm. Bis zu 4000 Euro Mehrkosten im Jahr, inklusive der Gaspreisumlage, die ab dem 1.10.2022 kommen soll. Wir reden da noch nicht von der möglichen zweiten Gaspreisumlage, die möglicherweise auch noch kommen soll. Dazu hatte ich ja ein Video gedreht und auch schon aktuell veröffentlicht. Jeder Dritte in diesem Land, das ist verdammt viel, sagte der Präsident des Mieterbundes Lukas Siebenkotten dem Tagesspiegel. Betroffen sind vor allem Menschen, die knapp oberhalb jeder staatlichen Transferleistung liegen. Wir reden hier über Millionen, sagt der Mieterpräsident. Also Menschen, die wegen der Höhe ihres monatlichen Einkommens keine ergänzende Grundsicherung, keine Aufstockung Hartz IV oder kein Wohngeld bekommen. Ja, 1100 Euro, 1200 Euro monatliche Rente und schon bist du drüber und dann hast du keine Chance und musst die ganze Schoße aus der eigenen Tasche bezahlen. Der Mieterbund fordert, umgehende Erneuerung des Wohngeldes, Einkommen bis 5000 Euro sollen wohngeldberechtigt sein, also monatliches Einkommen 5000 Euro und eine einmalige ergänzende Heizkostenpauschale, die immer angepasst wird, sollen noch on top obendrauf gezahlt werden. Warum sollen alle Menschen, vor allen Dingen die mit wenig Einkommen, rund 40 Milliarden Euro Mehrkosten, Energiemehrkosten verursacht durch Gaseinkauf, durch Verstromung von Gas und und und, das alles aus ihrem privaten Vermögen stimmen? Also das erschließt sich mir persönlich auch nicht. Ein jeder würde von der Erhöhung des Wohngeldes profitieren, vor allem auch die Vermieter. Also ich meine mit ein jeder, die 30 Prozent, die praktisch das nicht zahlen können. Und die Vermieter auch, der kleine Vermieter mit einer Einraumwohnung oder Zweiraumwohnung, die er vermietert, der bleibt nicht auf den Kosten sitzen. Somit könnte eine explosive Stimmung im Land ab Oktober 2022 verhindert werden. Wenn Sie die Betriebskosten nicht zahlen, droht Millionen Menschen die Kündigung des Mietvertrags. Betriebskosten sind Mietkosten. Und wer da säumig ist, der kann hier schlimmstenfalls mit dem Auszug aus seiner Wohnung rechnen. Und das geht vor Gericht und das wird eine ganz schlimme Geschichte. Ich stelle die Frage, wollen das Lindner und Habeck wirklich? Habeck und Lindner müssen handeln. Wer Milliarden für Unipar ein Unternehmen ausgeben kann, darf die Menschen in Deutschland nicht allein lassen. Wir hoffen, das Habeck, Scholz und Lindner verhindern, vor was viele warnen und was eigentlich keiner will. Ein Herbst mit Demonstrationen und gegebenenfalls auch Aufständen gegen die Regierung, vielleicht sogar mit Gewalt. Das will kein Mensch. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich gebe Ihnen wirklich noch einen Tipp zum Schluss. Wenn Sie da auch Angst und Befürchtungen haben, dann schreiben Sie doch einfach Ihren Bundestagsabkommen. Machen Sie Druck. Haben Sie auch keine Angst vor irgendeiner Demonstration auf der Straße. Demonstrationsrecht ist ein Verfassungsrecht. Wenn man das ordentlich macht, ordentlich organisiert, kann man da wirklich viel erreichen. Wir haben eine völlig andere Situation zu dem, was wir bei der Hartz-IV-Gesetzgebung erlebt haben, weil dort viele Teile oder Großteil der Bevölkerung nicht davon betroffen war. Aber jetzt haben wir eine Situation, wo wir de facto alle von diesen irrsinnig hohen Kosten betroffen sind. Und deshalb muss Habeck und Lindner hier handeln. Ich rufe dieandy�� die